Hallo? Wie bitte? Madame Gervinette. Hallo, Gervinette? Bitte? Dein Brief, ja, ja, ich habe ihn eben aus dem Kassen genommen. Bitte? Ja, ja, natürlich bin ich allein. Was? Ich verstehe nicht. Ach, ein Moment. Was ist doch den Unsinn? Sie haben es zu mir gesagt. Hallo? Was? Nein, nein, da ist nur das Radioangestellt. Also, wir können uns ja heute Abend verabreden, nicht wahr, Gervinette? Was? Das stimmt. Ja? Nein, nein, ich lache nur, weil ich mich freue. Äh, auf, auf, weiter. Ah, nicht kitzeln. Ja, wer kitzelt sich denn? Nein, 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 das ist nur der, sondern der Napoleon da, der massiert mich. Ja, na, also, jetzt habe ich ihn weggeschickt, jetzt können wir in Ruhe sprechen. Also, schlage vor. Ich höre. Bitte? Ja? Ja? Hier wird ich mich gern, der hat Vertrauen, hier ist mir treu, genau. Verstehe nicht. Ja? Ja, bitte. Was? Ja, danke. Na, danke. Na, danke. Na, danke. Na, danke. Ich habe gewonnen. Jawohl. In fünf Minuten ist sie da. Machen Sie, dass die Sachen da wegkommen und Sie auch.